Musik Heimatshoppen steht für Wertschöpfung vor Ort im Handel und in der Gastronomie und wir wollen erreichen, dass die Menschen vor Ort kaufen und auch vor Ort verzehren. Musik Heimatshoppen ist eine super Aktion, denn es zeigt, wie viele tolle Geschäfte wir bei uns hier im Saarland haben und es macht auch ein bisschen deutlich, dass wir es auch in der Hand haben, dass diese Geschäfte auch noch in Zukunft da sind. Denn keiner will sich eigentlich unsere Städte und Gemeinden vorstellen ohne den Einzelhandel, ohne die schönen Geschäfte. Deshalb, ich würde hingehen beim Heimatshoppen. Musik 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 Musik